Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch hier aus der Tropfsteinhöhle Bad Schnupfenhausen und ich hoffe, euch geht's gut. Nicht so wie mir. Man hört es, aber egal. DJ Piero wusste schon ganz früh, was er wollte. Zum fünften Geburtstag musste es unbedingt ein Schlagzeug sein. Die Eltern waren hart gegen sich selbst, kaufen sich Oropax und dann durfte der Sohnemann los drummen. Seine Karriere als Profimusiker konnte losgehen. Piero hat erstmal alles probiert. Hauptsache es war Musik. Mit italienischen Schlagern ging's los, aber 1992 hatte auch ihn das Dance-Lore-Fieber gepackt. Seine ersten eigenen Tracks hat er selbst auf Platte gepresst und rausgebracht. Und als er bei seiner Arbeit in Ibiza auflegte, dann nahm das Schicksal endgültig seinen Lauf. Piero wurde entdeckt, unter Vertrag genommen, einen Clip gedreht und voilà, hier ist er mit seinem offiziellen Debüt Another World. Piero wurde entdeckt, unter Vertrag genommen, einen Clip gedreht. Piero wurde entdeckt, unter Vertrag genommen, einen Clip gedreht. Piero wurde entdeckt, unter Vertrag genommen, einen Clip gedreht. Piero gü PD Piero hydraulisch Piero Das war's für heute. 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 No. No. Das war's für heute. 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 für heute. Tag für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. für heute. Das war's für heute. 10 Tage. Das war's für heute.